Diesen Samstag, den 20. April, gibt's wieder Gratis-Comics. Denn der Marvel-Tag findet statt. Dazu gibt's diesen Gratis-Comic mit zwei abgeschlossenen Geschichten. Dann gibt's noch ein doppelseitiges Poster. Einmal mit Spider-Man und mit Deadpool. Zusätzlich gibt's fünf Gratis-Postkarten, wovon jeweils zwei ein gesamtes Bild ergeben. Diese Gratis-Artikel gibt's, solange der Vorrat reicht, online bei mir auf der Website. Link findest du in der Bio. Zusätzlich haben wir noch Variant-Comics mit Acrylaufstellern. Einmal zu Miles Morales' Spider-Man mit diesem fancy Acrylaufsteller. Einmal zu Loki mit diesem fancy Acrylaufsteller. Einmal zu Hulk, auch mit einem geilen Acrylaufsteller. Und last but not least, Iron Man mit diesem fancy Acrylaufsteller. Zusätzlich gibt's noch acht Comics, wovon vier jeweils ein gesamtes Bild ergeben. Gezeichnet von Alex Ross. Diese Variant-Cover sind jeweils auf 444 Stück limitiert. Alle Comics werden bei mir ab 10 Uhr auf der Website freigeschaltet. Link zu meinem Online-Shop findest du in der Bio. Welchen Comic-Charakter findest du am coolsten? Malone-Shop.